Tata, es ist ein wunderschönes Wetter heute am Freitag. Guckt euch das mal an. Wow, wie viel Grad haben wir? Ich guck mal geschwind. Jetzt haben wir 19 Grad. Ist das nicht cool? Fast 20 Grad. Wow, also gefrühstückt habe ich ja schon mein Trinken getrunken. Ja, und vormittags wie immer Hausaufgaben und putzen und kochen und so weiter und so fort. Ja, ich bin dran mit Pizza machen und zwar habe ich einen braunen Brotteig von der Mantelmühle glutenfrei Brotmix dunkel und das ist echt gut, weil die aus Papier besteht, also für uns wirklich gut. Ich mache aber kleine Pizzen. Guckt mal, ich mache das jetzt auf den Teller. Ja, ich habe dann noch aufgemalt den Tellerrand. Den tue ich dann halt ausschneiden und dann halt auf den Teller backen. Dann dazu natürlich auch Tomatensoße, die selbstgemachte und dann tue ich es belegen. Mal gucken, was ich noch da habe. Dann belegen wir die und tun uns schmecken lassen. Und natürlich auch gewürzen. Also Pizzagewürze habe ich dann auch eingegeben. Ja, ein bisschen Suppe von Gästen ist auch noch übrig. Wer möchte. Heute gibt es dann so kleine, kleine Pizzen. Ja, die überlege ich dann und dann geht es auf in den Grill. Die erste Pizza ist nach Wunsch belegt und die kommt jetzt in den Grill und dann mache ich die zweite. Die zweite Pizza ist auch fertig. Da wollte jemand mehr Tomatensoße draufhaben und mit dem restlichen Mozzarella, was wir gestern hatten. Ja, das Belegen. Lecker, schmecker. Das ist jetzt eine Pizza mit viel, viel Teig, viel Tomaten und Käse. Also beide Käse habe ich jetzt drauf. Und der Tomatensalat kommt noch dazu. Und natürlich selbst ausrollen, selbst belegen, gehört hier auch dazu. Jetzt gebe ich mal zurück zum Mehl. Also ich verpacke das auch immer mit einer Wäscheklammer aus Holz. Und ja, das hebt ihr auch. Was wir noch haben, tue ich mal raus. Auch solche Edelstalldinge. So Klemmele. Die habe ich mir früher aus Plastik gehabt und jetzt habe ich sie aus Holz und aus Edelstall. Guten Appetit, die erste Pizza ist schon fertig. Und ich finde die kleinen Pizzen echt geschickt, weil wenn du eine große machst, dann bleibt ja immer übrig und die kleinen, dann können die die essen und die kommen auch weg. Und da braucht man nichts aufzuheben oder wegzuschmeißen oder sonst wie. Die kleinen Pizzen sind geschickter. Und die nächste ist fertig. Lecker schmecker. So und von den zwei restlichen werde ich noch Weckle machen. Lecker. So was passiert mir auch. Eine schwarze Pizza. Na, das muss man wohl wegschmeißen. Ist halt so. Genießen, genießen, genießen. Und ich genieße meine Auszeit. Ich habe so lange keine gemacht. Sonst mache ich ja immer eine Stunde, gell. Draußen. Und dadurch, dass das Wetter nicht so toll war, ja, konnte ich nicht machen. Und ich habe mich auch umgezogen, mein T-Shirt, weil vorher hat es so gestunken nach dem Verbrannten. Oh ja. Guck mal, Sonne, Sonne. Ich liebe die Sonne. Ja. Wir gehen noch zum Bauern. Milch holen. Ich glaube, der hat auch Kartoffeln. Und ja. Dann nehmen wir euch mit. Wahrscheinlich. Ich habe eine Frage. Wisst ihr, was das für eine Pflanzen sind hier? Sie sehen so aus. Es sind ganz, ganz viel. Und wir haben zwar was eingepflanzt, aber die, die, ich weiß es nicht. Oder sind das die Sonnenblumen? Weil da unten, unsere Nachbarin, die füttert immer oben die Vögel und dann fällt sie runter. Oder was meint ihr? Ich bin mal gespannt. Aber ja, was es ist. Also ich will Mutte mal, aber gut. Kann ja auch was anderes sein, gell? Ja. Und heute. Hallo Mio. Oh, die Mio ist gekommen, gell? Ja. Heute werde ich noch turnen. Auf jeden Fall noch eine Stunde. Ich bin jetzt gesenkt, so. Ich höreste. Ah, nein. Oh, nee. Nee, 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 nee. Ach, 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 ach. Hält doch auch. Oh, oh. Leute. Pass auf. Langsam, 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 bitte, 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 bitte. Dankeschön. Jetzt habt ihr was erlebt, denn wie so, wie man so saust hier im Schwarzwald. Oh, oh, oh. Milch holen. Tata. Gehen wir hier vorne oder hinten laufen, Milmut? Gehen wir nach vorne oder nach hinten laufen? So, unsere Wiese, da wisst ihr doch Bescheid, es ist super hier, guckt mal, da kann man jetzt ja, eine Stunde laufen und die hat Spaß, guckt Stöckle im Mund und jetzt geht's los. Wir sind noch fein, 6 Tonnen, verschaffen oder? Hm, ich nicht auf. Ja, bleibt nur noch, wenn wir schon mal runterfahren können, wir sind eigentlich gefein bis 6 Tonnen. Ach so, geil geil geil. Ja, meine Fasten sind 4 Kilo. Jetzt, ja, da passen 2 Autos durch, also jetzt ist gerade auch eins entgegen gekommen und ja, das sind halt die Straßen im Ländlichen. Guck mal, wow, wie schön. Ja, und es ist jetzt kurz nach 7 Uhr, wir sind wieder zu Hause und ich turne jetzt und heute wird es stattfinden in der Küche. Ja, ihr Lieben, ich habe die eine Stunde Sport schon hinter mir. Ähm, ich dachte mir, ne, dass ich hierher komme in die Küche, um die anderen nicht zu stören, wenn sie dann halt auch Lollywood gucken. Es kommt ja Vater hoch 4, ich guck's mir auch gleich mit an. Ja, was machen die? Ja, die Großen wollen was zum Essen holen. Dann der ganz Kleine noch und dann mein Mann und dachte ihm, oh Leute. Aber so ist es gleich in der Großfamilie. Ihr kennt's bestimmt auch. So, jetzt werden wir noch gucken. Zu Ende Vater hoch 4. Ja, das ist eine tolle Sendung, die habe ich ja letzte Woche auch vorgestellt und ja, ich freue mich und wünsche euch einen schönen Abend bis morgen. Ah ne, Quatsch, ich muss ja noch was essen. Stimmt. Ja, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Hm, vielleicht trinke ich mal. Ne, was? Mal gucken. Mein Abendessen heute. Also ich habe gar keinen Hunger, wirklich. Ich habe mir jetzt Kaba gemacht. Das sind jetzt 600 Milliliter. Die trinke ich dann jetzt aus. Und ich grüße ganz herzlich die Tanja, weil ich weiß, dass sie mir auch am Abend auch Kaba trinkt mit ihrem Mann zusammen. Hey, Tanja, Prost. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns und hören uns morgen wieder. Und bis dann. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann? Untertitelung des ZDF, 2020